Wer krebt so tief ins braunprockige Erdenreich, sucht den wundersamen schwarzen Zauberschleim, verkauft die Suppe an den Bürgermeister und wird reich, und gibt das ganze Geld im Bordell dann wieder aus. Noten und Öl, Noten und Öl, Noten und Öl in Tomeul. Willkommen zurück zu einer neuen brodelspritzig-schwitzigen Folge Tomeul. Freut mich, dass du da draußen wieder reinspritzschwitzt und natürlich auch ein Dankeschön an all die Schwitzspritzer, die das letzte Video bewertet haben. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer schwitzigen Bewertung unterstützen würdet, denn es wird mal wieder heiß auf den Ölfeldern. Wir müssen bohren gehen und wir sind reich, wir sind sehr, sehr reich. Also, let's do this. Klar, natürlich, natürlich, das wollte ich. Nein, nein, nein. Ich will dieses Land. Ich will es 100% definitiv. Es wird mir gehören. 10.000 Cash stecke ich in dieses Land rein. Es wird so hart mir gehören. Okay, wir schauen mal. Also, größer Radius finde ich gar nicht so wichtig. Haben wir wirklich schon alles? Moment. Ach ja, sieh mal an. Wir haben wirklich schon alles. Was haben wir hier? Die Schnelligkeit, die Verzweigung oder der Timer. Es war schon immer ein bisschen knapp, aber irgendwie reizt mich nichts wirklich. Nichts wirklich reizt mich hier. Deswegen, komm, legen wir los. Obwohl, Moment, halt, stopp. Saloon. Was haben wir hier? Auch nichts, was mich irgendwie locken könnte. Alles klar, ich hoffe. Dieses extrem teure Land ist am Ende sein Geld wert. Ich habe große Hoffnung in das Ganze hier. Oh, oh, oh. Alright. Tom, Tom, was hast du da gefunden? Ein dickes Öl. Und jede Menge Gas haben wir hier. Ja, gerade noch getroffen. Ganz knappes Ding. Dann kommt hier ein Silo hin. Und mein erstes, kleines, zartes Pferdchen. Und hier drüben... Juice. Meine Damen, meine Herren, wir haben Juice. Wir haben Juice-Kontakt. Und die Preise sind stabil. Sehr stabil. Unglaublich stabil. Okay, hier wird hart abgemolken. Aber hier muss es noch mehr geben. Ich meine, wir reden hier von einem ultra teuren Land. Hier drüben ist noch ein bisschen was. Rot, rot, rot. Red Boys. Also. Es gibt schon mal jede Menge Gas. Ich will hier hin. Und mir die Lava gönnen. Le Magma. Le Magma. Wir brauchen Magma. All right. Mhm. Ich wette, hier ist aber auch wieder irgendwas im Weg. Kann man sich vorstellen, dass es so leicht wird. Können wir hier durch? Ich probier's. Oh. Oh. Noch mehr Magma. Klar, natürlich. Natürlich. Ich treffe genau den kleinen Nippel hier. So. Hätten wir. Dieses Ding hier. Und ein bisschen upgraden. Alles klar. Das hier ist eine Riesenquelle. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier verbinden. Direkt zumachen. Und wir sammeln ein bisschen. Ganz gemütlich. Wir pumpen jetzt schön hier das Gas auf. Genauso wie hier. Können wir hier verbinden. Und dann ist unsere Kohle eigentlich schon wieder weg. Wir scannen mal. Viel zu teuer. Also hier wird gepumpt. So. Wir brauchen nämlich hier wieder ein kleines Stückchen. Damit wir auch dieses Ding hier ein wenig aufpumpen können. Ich gönne mir die Geschwindigkeit. Wir haben Mai. Wir haben Mai. Okay. Wir müssen verkaufen. Keine andere Wahl. Ein bisschen zumindest. Um eben uns hier verbessern zu können. Stopp. Das reicht erstmal für ein bisschen mehr Silokraft. Wie groß können die denn eigentlich? Nicht werden. Ich meine. Wo ist das Maximum? Maulwurf. Warum schon die Preise? Können mich doch jetzt hier nicht so hängen lassen. Ich meine. Wir haben schon jede Menge Saft. Man könnte natürlich gucken, dass man hier ein bisschen was vertickt. Gas rein bollert. Und direkt Geld macht. Okay. Wir müssen ein bisschen was verkaufen. Oh oh. Wow. Echt jetzt? Echt jetzt? Krass. Okay, dehnt sich das noch weiter oder ist irgendwann mal Schluss? Im Land der großen Dehnung. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Bisschen was verticken. Zumachen. 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 Hm. Hm, 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 hm. So, wir können das hier verbinden. Ey, die Preise sind gerade schon ziemlich, ziemlich geil. Okay, sammelt mal ein bisschen Juice. Äh, ich brauche hier unbedingt ein Upgrade. Und hier ein Maulwurf. Und hier noch ein Maulwurf. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal ein bisschen Gas rüber. Das hier ist zu. Wir müssen halt hier schließen. Wir saugen jetzt nochmal ein bisschen was raus. Preise sind gerade extrem nice, wie ich finde. Alles klar, hier wird die nächste große Quelle. Kommen wir nur hin, wenn wir ein Bohrer-Upgrade haben. Machen wir hier mal zu. Machen wir auf. Und der Verkauf beginnt. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Noch ein bisschen geht, noch ein bisschen geht, noch ein bisschen geht. Und Schluss. Okay, 12K. Erst mal hier reinstecken und das hier holen. Was war denn das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? So, jag mal bitte durch. 1. September. Ich will das Maximum rausholen. Und randa. Okay, was ist das hier drüben? Und randa. Holt mir den Saft hier raus. Holt mir den verdammten Saft hier raus. Alter, zieht euch die Quelle rein. Ich glaube, jetzt ist sie auf Maximum. Mehr geht nicht. Ich glaube, das war das Geräusch, das wir eben gerade gehört haben. Komm schon, ihr müsst das hier leersaugen, Jungs. Okay, die optimale Verbesserung. Hier stecken wir mal ein bisschen Geld rein. Silo wird voll gemacht. So. Ready? Ups, das wollte ich gar nicht. Und auf geht's. Wow, 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 wow. Langsam, langsam, langsam. Hier kommt ganz schön Saft raus. Ja, 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 ja. Gib mir mehr. Nutze das Gas. 40k, 40k. 40k. Geht doch. Ich wünsche, ich könnte ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Ja, gut, den Rest verkaufen wir hier und machen das Ding hier auf. Ich stehe ihn hier noch rein. Komm schon. Wenn ich wenigstens noch irgendwas Interessantes finden würde. Aber es war gutes Land. Das war wirklich verdammt gutes Land. Oh, hier wäre noch was gewesen. Mist. Es gibt immer noch irgendwie so Nippe, die man finden kann. Egal, wir haben 49.000. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wow, wir haben krass dominiert. Also wirklich. Nice. Nice. Einfach nur nice. Hallo, Kies-Jour. Na, wie geht's dir? Na, Bürgermeister aus den Südstaaten. Mir geht's ganz gut. Ich habe eine Mitteilung zu machen. Bald werde ich als Bürgermeister zurücktreten. Mein Nachfolger wird derjenige mit den meisten Stadtaktien sein, die ich schrittweise bei der neuen Aktienauktion verkaufen würde. Äh, 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 äh. Ähm, Bürgermeister geht's Ihnen gut? Äh, äh, äh. Äh, 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 okay, okay, okay. Er hat zu viel Gas geschnüffelt. Quantums Mama Gas. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich. Kinder, riecht da nicht zu lange. Profitipp von mir. Riecht nicht zu lange am Gas. Er verkauft also seine Stadt. 5% Auktion beginnt. Moment, äh, what? Zum Verkauf 5% der Aktien. Holen Sie euch, liebe Leute. Ich hoffe auf einen großartigen Preis für meinen Start. Das Startgebot lautet 1000 Dollar. Ja gut, ich... What? Moment, wie kann ich... Ich hab gewonnen. Ich... Okay. 7000 für 5%. Alright. Bin ich... Bin ich der Reichste? Darum geht's in dem Spiel. So reich wie möglich zu sein. Der Zähler. Der ist zwar irgendwie unnötig, aber ich will ihn trotzdem haben. Na, so unnötig ist er auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ich denke, ich nehme mir die Verzweigung. Die lohnt sich. Bei diesen ganzen Abstechern. Gas hier, Öl da. Ich sag euch. Ihr braucht sowas. Ihr braucht die richtige Verzweigung. Ohne richtige Verzweigung keine Chance. Ich will... Ich will dieses Land hier. Nein, nein. Das will ich haben. Nein. 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 Das ist mein Land. Der reiche Cowboy nimmt das reiche Land. 6000 Schmecklons. Ich will Öl. Joshua. Er war damals der Loser. Aber jetzt ist er der König. Let's go. Wie tief ist halt die Frage, ne? Wie tief? Oh. Super eng. Aber... We did it, boys. Maulwurf. Alles klar, wir haben es schon gefunden. Nice. Und es läuft. Es werde Saft, sprach der Mann. Okay, hier drüben füllt sich's. Ihr müsst ein bisschen Gas geben, Jungs. Zwei schöne, dicke Quellen. Jetzt halt die Frage, ne? Maulwürfchen. Jagen wir sie durch. Und hoffen, dass wir... Gas. Yummy, yummy, yummy. Das gute Gas. Aus dem Erdenreich. Ich mag Maulwürfe. Auch wenn die Leute mal sagen, Kies, Maulwürfe sind crap. Ich mag sie trotzdem. Ich kann mit denen irgendwie gut arbeiten. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Powerjuice. Rein Jizz Juicen. Dann können wir hier richtig schön raus entsputschen. Ja, das läuft doch. Bisschen Geld holen. Schön. Einfach nur schön. Ja, versuchen wir hier hinzukommen. Ich weiß nicht, es könnte Stein im Weg sein. Ey, das sind Mammutquellen, die wir hier gerade haben. Kann man nicht anders sagen. Wir haben Geld. Geben wir's aus. The heat is on, baby. The heat is on. Okay, wir können jetzt rein theoretisch hier eine Vernetzung machen. Wir müssen aber mehr über unser Gebiet wissen. Hört auf zu verkaufen, Jungs. Hm. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Mehr Öl. Hier bitte schließen. Dass wir das schon mal erwärmen können. Müsste doch jetzt wachsen, oder? Ja, wächst. Es wächst. Ladies, es wächst. Es wächst sogar sehr, sehr gut. Wie ich sagen darf. Und wir saugen auch sehr, sehr gut. Gut, schauen wir mal hier hin. Oh, da drüben läuft's. Wenn wir nicht aufpassen, über sogar schon. Auf geht's. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen demnächst ein bisschen was verkaufen. Alter, Wahnsinn. Wahnsinn. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Okay, jetzt haben wir's wieder im Griff. 12. August. So, wir sparen wieder ein bisschen. Wir haben wieder Kohle gemacht. Schauen wir mal hier rein. Gibt es hier nur diese eine Gasquelle? Aber hier drüben sehe ich was. Ich glaube, das könnte etwas sein, dass man sich ganz schnell snacken kann. Snack und Whack. Ha. Historisch wertvoll. Oh, verdammt. Wir sind, wir sind hart voll. Nein. Oh. Hey, Jungs, 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 Jungs. Wir müssen saugen. Wir haben keinen Platz mehr. Im Moment haben wir einfach keinen, keinen Platz mehr. Okay. Mies, Mann. Mies. Hm. Tja. Wie es scheint, müssen wir die Preise aufklustern. Machen wir mal Kohle. Machen wir mal Kohle. Ich hätte es gerne anders gemacht, aber wir sind so voll. Und auf, die Mama. Ist hier auch alles verbessert. Hier drüben geht noch ein bisschen was. Noch könnt ihr verkaufen, Mädels. Dass hier gar kein Gas mehr ist. Ich sehe zumindest keinen. Aber wir sind schon wieder bei 50k. Man darf zufrieden sein. Frage ist, sind wir durch? Ich würde sagen, ja. 500 kriegen wir wieder zurück. Das ist halt, es ist wenig. Aber ich würde sagen, wir sind durch. Ich würde sagen, wir sind durch. Oder was meint ihr? Moment, noch eine Stelle, wo eventuell was sein könnte. Wir geben auf. Ich werfe das Handtuch. Okay. War solide. Nummer 4000 als Bonus obendrauf. Beinahe 60.000. Das war solide. Das war anständig. Alter, wir haben sie zerstört. Nimm das, Kai. Blanche ist alt geworden über die Jahre hinweg. Alt, schwach und dumm. Okay. Dann schauen wir mal, was der Bürgermeister hat. Wieder 5%. 10.000. Und? Yo! 10% der Stadt gehören jetzt schon uns. Gut. Einfach nur gut. Wo geht's denn als nächstes hin? Also, wir schauen erst mal. Ja, hier könnte es geil sein. Deswegen will ich hier hin. Ist meins. Ich glaube da... Frech. Frech. Und schon wieder muss ich 6000 reinbuttern. Aber was Geld angeht, wir dominieren einfach. Wir dominieren, wir dominieren, wir dominieren. Gibt's irgendwas Neues? Äh, ha, 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 ha. Uns fehlt hier noch die Speerspitze. Die Stammesvase. Der Timer-Schnelligkeit würde sich eventuell noch anbieten. Egal. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es läuft hervorragend. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Tschüss.